Dario Allensbach, Schweizer Meister 2022, was geht Ihnen natürlich ab? Ja, momentan ist nur die Freude hier, dass wir das geschafft haben. Wir haben die ganze Saison gearbeitet und jetzt im Finale so ein Rücken ist unglaublich. Es ist definitiv nicht selbstverständlich, dass man in so einem Kader, in so einem Team zu so viel Eiszeit kommt, wie ihr Jungen immer wieder. Aber ihr habt es ja auch zurückgegeben, das Vertrauen. Und trotzdem, wie schön ist es, dass man das Vertrauen bekommt von Dan Tanja und vom ganzen Coaching-Stuff? Ja, unglaublich schön. Wir Jungen haben alles versucht, alles gemacht. Und so ist dann das rausgekommen und darum sind wir stolz auf uns selber und auf die ganze Mannschaft, dass wir so eine kleine Truppe haben. Und wie feiern die Jungen? Wie viel die Viertelinie? Wahrscheinlich etwas härter als die Ersten. Das ist klar, oder? Danke.